Hallo und herzlich willkommen von Google bei Let's Play Battlefield 4, 4, 4, 4. Nicht viel wie die Angst, manchmal habe ich auch Angst, aber was wird so machen. Scheiße, 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 Scheiße. Mich destensieren weiß ich nicht. Achja, mit B.S.L.I.K. und den Crazy Egg. Wer? Nö. Hä? Nicht? Was? Nicht du. Wir spielen Obliteration, Obliteration, Verlichte, 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 Verlichte. Ja, so war die Theorie. Also du. Na ja, der Eddy joint gerade noch nach. Versuchst du mir das. Versuchst du mir das. Ich sehe dich im Battlelock nicht. Also ich sehe dich zwar online, aber ich kann ihn nicht nachjoinen, weil nicht dasteht, dass du irgendeinem Server gejolt bist. Dann guck mal einfach. Dann such mal einfach in deinem Verlauf. Die, äh, was ist das hier? Ja. Was? Feindlicher MG-Schütze, westlich von dir. Ja. Ja, ich bin gerade, ich war gerade hier im Killer machen, von daher, das kann ein bisschen dauern mit ankommen. Du warst gerade Leuternklöcke. Ja. Ich bin gerade, ich bin gerade, ich bin gerade, ich bin gerade. Wo bin ich denn? Ach ja, ich bin auch auf der Privatkäserei, alias Schumann. Achso, ja, die, die, die mag ich. Die ist, die ist nett. Alter, wir haben mal gegen ihn gespielt. Dann könnt ihr einfach den Wotan machen sollen. Der, der ist drauf. Nein. Achso, ich habe keine Verbindung zur EA. Interessant. Er, äh, 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 eigentlich sind wir irgendwie Höhnungen mit dir, aber ich weiß nicht, wie es bloß ist. Ja, eben. Fuck, ne. Kein Kontakt zu ihm. Und dann, ich hab die Veranstaltung. Ich hab die Veranstaltung, erneut verbunden. Ne, mal Internet ist tot. Zumindest was ist das, was old. Die Waffe wurde teigelassen. Holst ihr euch. Festlich deiner Stellung ist befreitlicher MG-Schütze. Schade. Boah, ey, ist auf der Ende gerade das von dem Ding manchmal, ne? Boah. Keine Art, die Bombe. Komm schon. Die Bombe wurde fallen gelacht. Wir müssen uns holen. Niemand kontrolliert die Bombe. Schnappt sie euch. Festlich von dir ist der feindliche Soldat. Schade. Okay, ich bin jetzt zumindest dem VOTA hinterher gejoint. Ja, und ich wurde davon dem VOTA gekillt. Oh. Okay. Allerdings sind wir dann auf dem gleichen Server. Ja. Das können wir dann nachgucken. Das können wir dann irgendwie gleich gucken. Der VOTA ist im Panzer, also ist schon mal scheiße. VOTA. Lass mich hier hoch, Mensch. Wo ist er? Schnappt doch die Bombe. Sie wurde fallen gelassen. Der Settkopf drüber. Entschuldigung, bin du Sau. Die Bombe ist ungeschützt. Tut sie euch. Oder auch nicht. Ich habe die feindlichen Heli in Seen. Ja, Obliteration ist so ein Modus. Ich glaube, der kann sich jetzt ein bisschen ziehen. Ja, vor allem, weil ich normalerweise keine Z-Begrenzung gehabt habe. Ja, ohne Zeitbegrenzung, normalerweise. Ich sage ja, manche Server haben das. Ich glaube, das ist schon mal mehr, ich habe schissen geschossen gewesen. Okay, mit der PDW aber auch, äh, auf, 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 auf Rage zu schießen, ist eigentlich auch ein bisschen fail. Äh, was mache ich denn da? Ähm, naja. Okay, hier geht's auch nicht lang. Also nicht? Nee, weil diese Hopf von der, 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 von der Basis aus abschießen. Hm. Licht. Junge! Was denn? Mann! Warum lässt ihr mich dir nicht killen? Das kann doch nie wahr sein. Ich dachte jetzt ich. Nein. Wie nein? Ich kann eigentlich viel verschießen, dann nimm ich gleich wieder ein Sturmgewehr. Ja, dann lass es sein. PDWs sind sowieso kacke. Einzige, was besser ist ein Karabiner und Sturmgewehre. MGs poppen natürlich nix, also... Okay, wir gehen wieder den objektorischen Weg der Tiefgarage. Oh, der fuck, welche Karte? Ach ja, Ganaten sind ja wieder erlaubt. Das ist überhaupt das Beste. Ich bin im Battlescreen. Battler könnte kein aktives Spiel finden. Ach, das ist doch nicht so was. Ach, scheiß Camper. Glaube ich nicht. Oh Mann. Och Mann, oh. Voll doof, Mama. Ja. Ja. So, dann machen wir. Wie mal, wie mal. Wie mal. Wie mal. Wie mal. Wie mal. Ganz ab. Okay. Ach. 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 Ja, da war der falsche. Ein bisschen spät raus. Hm. Wir haben die Förse gerade scharf gemacht. Sie kann jetzt gezündet werden. Ich hab's schon gedacht. Oh, dieses Geräusch von der Bombe, in der ist immer so penetrant schön. Ach, hier sind das zum Glück überhaupt nicht viele. Bereithalten, wir suchen nach den neuen Bomben. Hier kommen schon wieder welche hoch. Ich bin immer noch an der Wartestelle auf Platz 1. Das find ich so... Mäh. 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 Ich wollte dich, ich... Ich wurde von der Schuhsohle gekillt. Der Schuhsohle? Ja, die Schuhsohle. Scheiß Insekt. Warte, was? Mäh. 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 Mäh, ich wurde von einer Schuhsohle gekillt. Das kann nicht wahr sein. Warum? Warum nicht hab ich das verdient? Wien ist es. Stattdorf die Bombe, entdeckt! Was ist der Schösser? Hilfe! Ja, 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 ich hab's wohl schon gedacht. Oh je. Hier, das Medikett. Ich begegge mich dann mal auf die Suche nach Comics, lang ich hier warte. Hm. Ist man an der Warteschlange oder was? Ich bin auf Platz 1 der Warteschlange, ja. Ach so. Ich denke, er hat sich hier als Battle-Lock aufgehängt. Oder ich bin der City auf Platz 1, weiß ich nicht. Boah, der muss erschrecken mich doch nicht so. Der scheint weg zu sein. Die Bombe ist ungeschützt, holt sie euch! Ich hab Sichtvertrag zu dem feindlichen MG-Schützen. Südlich deiner aktuellen Stellung. Au! Die erste Hilfe ist unter dir. Der hat gezwiebelt. Der hat die Bombe. Schnapp sie euch! Oh, was denn? Was ist da oben, die Säcke? Aufpassen! Ich hab nen feindlichen Soldaten gesichtet. Over! Ich hab nen feindlichen Soldaten genau nördlich deiner Position gesichtet. Ich hab' in die Böse! Ich hab' in die Böse! Wir müssen sie in den Affen! Die beiden haben die Bombe! Wir müssen sie in den Affen! Schuss! Schuss! Ihr könnt mich doch alle mal. Und zwar sowas von einem dicken Balls, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist doch schmandig. Das ist scheißegal, die müssen das schlucken. Nervt das. Oh, das ist Panzer. He he he. Hallo Panzer. He he he. Intelligent. Intelligent. Ich weiß nicht. Intelligent. Intelligent. Einfach mal so weiß kann. Das kann man nie angehört. Ich weiß was ich glaub beim nächsten, sobald der Server die... Ne? Quasi und so. Die Runde wechseln oder die Runde oder was der. Ja genau. Und dann falls der Server ab spielt, das weiß ich noch nicht. Au. Äh... Ich hab keine Zeit zum Zielen, die hab ich drin, die hab ich auch drin, alles klar. Alter, was ist denn hier los mit euch? Das war uns ins Zwingen. Scheiße. Ganz fast. Ja, ja, ja. Ach ja. Ach ja. Ist doch nicht schön hier der Boden, der ist so kalt. So, ja. Ne? Ach, ist das schön. Auf dem Boden zu liegen. Das ist ein Scheiß. Guten Tag, der Pilot. Nein, du wirst jetzt nicht... Wo willst du denn hin? Komm sofort wieder her. Schnapp doch die Bombe. Sie wurde fallen gelassen. Guck mal, ob das so gut die D ist. Kann ich einsteigen? Hallo. Ah, ok. Oh mein Gott. Dann hab ich die Bombe in dem LAW. Ob das was bringt? Ich weiß es nicht. Anscheinend nicht. Der Pfarrer ist zu dumm. Yay. Ähm, geil. Yay. Ich werd's erleden! Das ist noch ein großer Scherz. Weißt du, was noch ein großer Scherz ist? Ich sag das nicht, aber ja. Weiß ich nicht. Ähm, ne der ist kein Scherz. Ähm, dass ich immer noch in der Wasserstand bin. War eh nur noch 2 Minuten 40. Na gut. Ich hab's schon. Der Beherstatt gefährliche Perfektion. Das ist hier. Das ist hier. Drive Skills. Sag mal. Gar nicht. Das ist nicht geil wie der Fährt. Boah, das ist auch. Dann muss ich auch. Dann muss ich den hier und dann immer diese Kälte drüber und dann macht er. Boah. Der hat mal eine fette Räsche fest. Oh Mann, Mann. Jupp. Alles klar. Na gut. Wie wir hier dominieren, ist das schon übelst. Ich hab' die feindlichen Soldaten gesehen. Bestlich deiner Position scheint es feindlicher Soldat zu sein. Mein Kamerad wurde gebräuchert. Puh. Keiner unserer Leute. Hääääh. Dieser Scheiß Jellyfish, ne? Jellyfish? Ja. Du meinst ne scheiß Quale. Hm. Ich wollte es aber lieber mal so sagen. Jellyfish! in salat was Die A91, okay. Und ein Unterkurzbecken, sehr schön. Er hat mich nicht getroffen. Nötig deiner Position scheint ein feindlicher Scharfschütze zu sein. Der feindert die Waffe über den Scharfschütze. Oh Mann. Ich war mir sicher, ob die oben oder auf dem Dach sind. Oder da oder... Oh, moah. Ist doch kacke. Auch der Kurzgriff nochmal? Ja, Präzision. Ja, das geht ganz gut. Ja, werden wir noch verkaufen. Dazu kann ich jetzt eh grad nicht helfen. Keine Ahnung. Ich lasse es. Störtlich von dir scheint feindlicher Scharfschütze zu ... Komm ich wieder runter. Wann haben wir hingewonnen. Na dann. Das war wieder ne sehr komische Runde. Bis gleich. Ich bin Ellie wieder dabei. Tschüüüüü. Ja, ja.